Was geht ab Leute? Video fängt an mit ein paar Mankey Heute ist Rage Zone Oh das ist kein Mankey sorry Wieso hat er sich nach ganz oben gestrichen? Er war eigentlich ganz unten Auf jeden Fall heute ist Cobalium Rage Zone Aber bisher Kein Interesse Irgendwo in der Liste Wo ich mitmachen kann Ob überhaupt irgendwas zustande kommt Ich habe auf Instagram gefragt Ob ich eine X-Ray Trigger Tour machen sollte Wie letztens habe ich mal bei Giratina gemacht Weil Giratina war ja nicht so interessant Und da haben wir einfach nur die X-Ray Arenen Da kommt ja überall ein Raid drauf Auch bei den X-Ray Arenen haben wir nur die gemacht Und da habe ich dann sogar viele Einladungen bekommen Und den Rekordtag mit den 7 X-Ray Arenen geschafft Und dann Ob ich einfach eine ganz normale Raidtour machen sollte Für die Arena Punkte Muss später nochmal die Ergebnisse abchicken Ich glaube X-Ray ist lange vorne Aber wenn eh nichts zustande kommt Dann ist das auch leider relativ egal Okay Leute Wieder zwei Mankey Und irgendwann auch nicht Mankey Der sich dazwischen gemogelt hat Ich glaube die Mittlerle war es Genau so Nicht mal nähert Los Arme Ey was geht Wetter ist ziemlich schlecht geworden Aber Müssen wir durch Mal schauen wie Wie wir das mit der Raidtour machen Weil Ups Das findet momentan immer noch keine Stadt Also gehe ich wahrscheinlich in die Innenstadt und Mach darum 1, 2 Raids An den wenigen Arenen die ich doch nicht auf Gold traue Und Weiter gehts Ich nehme mal schnell ein 100er Roselia mit Level 34 Bis in der Nähe Und Level 34 Ich habe einen bisher auf Max gepusht Der hat glaube ich Doppel Gift Aber ich würde noch einen nehmen für Doppel Fernseher Deswegen hole ich mir den jetzt Und in der Nähe sind zwei Mankey Quest natürlich Und da vorne müsste auch schon sein Müsst du hier rüber oder was Wir müssen nur schauen vielleicht Wetterwechsel Deswegen Müsst ihr uns beeilen Aber die Spawn ist auch lange Da haben wir es Leute Und hier ist noch ein Cliff Den gönne ich mir auch noch Der gute alte Cliff Da haben wir es Leute Und hier ist noch ein Cliff Den gönne ich mir auch noch Der gute alte Cliff Was geht Wir haben wieder ein paar Mankey Aber ich glaube nicht alle drei Mankey Genau Der hat sich dazwischen gemobelt Ich habe den Überblick verloren über die Quest Aha Deswegen Zweimal den Kerl Jetzt erinnere ich mich Dann haben wir nur eins Oh Mann Erstmal eine Mankey Quest Wir sind auf dem Weg zum Treffpunkt Hat sich doch noch was gegeben Oh 492 Schade Hat sich doch noch was gegeben Und auf dem Weg dann natürlich alles Geld machen Nehmen wir jetzt ein paar Rates mit Und dann haben wir noch einen Glückstausch für heute Ich versuche da wieder alle abzuarbeiten Und die Liste ist sehr lang geworden Wer mir auf Instagram folgt Ich wusste da glaube ich Zwei, drei Glücksfreunde am Tag Also momentan geht es echt gut ab mit den Glücksfreunden Aber die müssen auch alle abgearbeitet werden Das ist der harte Teil Wer haben wir hier Ich brauche immer noch einen zum Erlösen Es kommen keine Zubatz oder Radfahrts mehr Vor dem Event nur Zubatz und Radfahrts Jetzt wo man sie braucht kein einziger Ich gebe nicht mehr als 1000 Staub aus Das könnt ihr vergessen eigentlich Auch wenn ich nur noch einen brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche So, es kommen ein paar EP rein. Endlich! Vielleicht kriege ich jetzt endlich meine 260 Millionen. Hat lang genug gedauert. Ich bin schon zwei Wochen im Minus. Ich versuche ja jeden Monat 20 Millionen zu machen. Das Problem ist, ich mache keine EP mehr momentan. Also keine Freunde mehr. Ich gehe nur noch auf Hypo-Freunde. Das ist so die letzte Runde. Du kannst gehen raus an alle, die da zum Beispiel Vince gerade. Du kannst gehen raus an Jasmin. Du kannst gehen raus an Jared. Du kannst gehen raus an Patrick. Du kannst gehen raus an Vanja Laaf. Klassischer Spieler aus Hamburg. Wenn nicht sogar der Klasseste in Hamburg. Und das war es, glaube ich. Ein paar müssen noch reinkommen. Da machen die anderen aber auch. Hoffentlich. So, unser vierter. Wir haben bisher alle gefangen. Aber keiner, wer gut war. Checken wir doch mal den hier ab. Vielleicht haben wir ja Glück. Wobei den 98er, den wir letztens gefangen haben, checkt das Video ab. Schwer zu toppen. Nicht mit Lugia kämpfen. Ruf, shiny Lugia. Bei dem will ich aber auch kämpfen. Einfach weil er shiny ist. Ich habe so einen, aber der ist nicht gut. Leider. So. 21, 56 oder sowas. Oder 59 irgendwie so. Schade. Ah, naja. Ep und so, A-Gener Punkte, ihr wisst Bescheid. So, schauen wir mal beim nächsten vorbei. Gemütliche Runde. Wie viel haben wir gemacht? Unter 10 auf jeden Fall. Aber hey, alles Neu-Agen. Nehme ich gerne mit. Oh. Das ist der von gestern. Oh man, noch ein 98er. Wieso kein 100er? Oh, schade. Diesmal weiß ich es ja. 98er. Oh man. Ich wünsche, dass wir ein 100er. So. Und der nächste. Ich habe den anderen übrigens gefangen. Also den 98er. Direkt Critical Catch. Und auf der Tour jetzt habe ich schon drei Critical gehabt. Ah ja. Schade. Der ist schlecht. Schade, schade, schade. Ah, so knapp einen Monat davor. Hätte ich mir gerne gekämmt. So. Und der letzte, oder? Für heute? 21,19. Ja. Kann man mal machen. Auf zum Glückstausch. Und. Checkt das Video von gestern ab. Da habe ich mit einem Kollegen getauscht. Und heute sind wir wieder Glücksfreunde geworden. Grüße gehen raus an Rainer aka Red King. Schnell noch einen Cliff besiegt. Und nicht shiny. Und kein Stein. So. Glückstausch vorbei. Grüße gehen raus an den Kollegen. Ich habe sogar ein shiny. Oh, wie heißt der nochmal? Oh, wie heißt der? Lass mich kurz nachdenken, während das hier neben mir läuft. Habt vergessen wie der heißt. Egal. Ihr seht es ja. Diese Steinpflanze da. Und wir haben endlich unser letztes Pokémon, das wir erlösen können. Das ist ein Zubat. Endlich. Kommen wir endlich weiter mit der Spezialforschung. Uh, der war sogar gar nicht so schlecht. So. Erstmal das hier wegmachen. Und. Go. Endlich Stufe 3, Mann. Oh mein Gott, ey. Das hat echt Ewigkeiten gedauert. So. Lade Attacken. Kein Problem. Gewinnen drei Superliga-Trainerkämpfe. Kein Problem. Sechs Gruppen. Kein Problem. Okay. Aber. Es wird alles morgen passieren. Wir holen uns jetzt die letzte Mankey Quest für heute. Es sind ja noch fünf möglich gewesen, aber es ist schon später und ich will heim. Hab noch ein paar Sachen zu erledigen. Das reicht erstmal für heute. Wir haben noch ein paar Tage, Wochen, Monate für Mankey. Yo. Nächster Morgen, nächster Tag. Das war's von der Raid Stunde. Ne? Gemütliche, recht erfolgreiche Raid Stunde. Ja. Mankey-Jagd war nicht so erfolgreich. Was auch sonst. Die Jagd geht weiter. Heute sind sogar echt eine Menge am Start. Also über 20, Mann. Muss man schauen. Vielleicht. Mach ich euch kein Livestream, weil ich die ganzen Menkey sagen muss. Aber das war's von mir, Leute. Ich schreibt noch den Kommentar, ob ihr gestern am Start wart. Und wie es so aussieht mit Kobadium. Und falls ihr nicht so motiviert auf Kobadium seid, der nächste Raid Boss wurde angekündigt. Checkt das Video von heute Frühmittag, Vormittag ab. Und das war's von mir. Ihr wisst bestimmt, wie wir leiten. Subscribe, kommentieren. Checkt die Annamies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokemon Seuss Business.